So, und damit herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von Team Praktum Digitum mit meiner Einer, dem Onkel Hanoi. Ja, und zwar bei Helldivers, aber ich muss zusehen, die anderen warten schon, so wie es aussieht. Ähm, das haben die dann alles dabei. Das Zeug, das Zeug, das Zeug. Dann nehme ich mal noch... Rösel, Quasa und Vorratspaket und... Feuer frei, gehen wir hinterher. Ja, leider nur auf Schwierigkeitsgrad schwer, ansonsten wollte ich anscheinend keine haben, alles private Lobbys. Deswegen sind wir nur auf Schwierigkeitsgrad schwer unterwegs und hauen jetzt mal ein paar Terminiden auf die Schnauze. Das fängt ja schon gut an. Nimm dir das Ding doch. Okay, Jungs. Jetzt marsch. Blau braucht Hilfe. Ich helfe dir, Blau. Halt durch, mein Freund. Ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Magazin leer. Ui, die hat mich nicht gesehen. Scheiße. Entschuldigung. Okay, ich will mein Zeug wieder haben. Ich will mein Zeug wieder haben. Lalalala. Ich komme gerade wieder zu euch, Jungs und Mädels. Wer auch immer. Ich will nur mein Zeug wieder haben. Ui, ui, ui. Es war knapp. Werfegranate. Wer will die Luftunterstützung? Es kostet ein wenig Demokratie. Ich schicke einen Adler rein. Letztes Nachladen. Ich bin das. Wer ist? Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Er ist Teilhabe! Kennzeichnung in Position! Wärtsicht! Schwer! Mach schon den Durchbruch! Okay, weiter geht's. Das war ein kleines Tänzchen hier. Weg da! Wow! Wow! Gut, Jungs, Mädels. Wie geht's weiter? Ich folge euch auf dem Fuß. Entscheidet ihr? Mir ist das egal. Ja, da helfe ich dir jetzt mal. Habt was gefunden! Paket gefunden! Paket wird abgelegt! Paket gefunden! Paket wird abgelegt! Schön spammen, das geht nämlich schneller. Paket wird abgelegt! Terminal! Ich gehe ans Terminal! So, Feuer frei! Artillerie erledigt! Gut, du rufst schon. Dann machen wir hier hinten weiter. Warum? Die App, Mutti! Uhu! Juhu! So, nicht, Leute! Letztes Nachladen! Allein, tolle Nacht! Bis gleich! Leute, Nacht! Du kriegst jetzt einen schönen Quaserschuss in die Fresse! Nicht du, die Dicke dahinter! Schatz! Uuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu Ja, Zeit und Mast, Leute. Angst, ich komme. Ja, hier liegt wieder alles voll mit Minen, deswegen jetzt schön aufpassen. Die hauen einen nämlich ganz schön schnell weg. Oh, Munizu. Und nehme ich doch mit. Das hat doch ganz gut geklappt hier. Ja, bitteschön. Schwein. Witzerein. Witzerein. Ja, ich bin nicht mehr. wo kommen jetzt die ganzen mutis her wo bist du warte ich dachte wir sind freunde dass wir nicht allein anfrage bestätigt verstärkung haben wir uns auch ein bisschen nützlich gemacht was die proben angeht ja sind und bin unterwegs wo so 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 haben wir den backtunnel ich denke schon dann rücken wir mit nach hier so dick wapps so okay dann wollen wir mal die dinger herausruppen ja ja feini fein pakete starten ich stürme mal da die hütte so die buchs hier haben wir auch wo will orange stehen hin da ist doch nichts mehr da ist aber noch irgendwo ein nest da gehen wir doch mal hin gut luftschläge haben wir wieder die müssen wir auf jeden fall mal ein da reinjagen da ist so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schicke ein Adler rein. Radung im Anschlug. Ankunftszeit, die minus 10 Sekunden. Pelikan 1 nähert sich Abholung. Ja bitte Luftunterstützung. Pelikan 1 setzt zum Landen an. Passt auf, wo ihr steht. Adler 1 muss weg und aufstoppen. Pelikan 1 bereit zum Abflug. Schaffler starten in 20 Sekunden. Mit der Rind. Das war Knabe, Junge. Abgeschlossen. Pelikan 1 hebt nun ab. Sie haben auf dem langen Weg zur Freiheit ein weiteres Etappenziel erreicht. Mordatürk knocked me on the platform. Was passiert? Sehr schön, alles abgehorkelt. Vier Sternchen. 75% doof. Überragender Patriotismus, wie sich das gehört. Sehr gut. So, bin ich mal noch auf die Statistik gespannt. Und dann schauen wir weiter. Nein, nicht zurück zum Schiff. Statistik. Wo sind wir denn da? Ich dachte, wir hätten mehr umgeholzt. Aber Präzision relativ gut. Der Bündeter Zerstörer hat Geschwader verlassen. Wunderbar. Oh, 16 Bruben noch extrahiert. Gut, gut. Gut. Alles klar. Das war eine weitere Folge. Hell, da ihr was mit dem Onkel Hanoi auf dem Kanal von Teamfraktum Digitum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Genauso wie ich. Ja. Lasst Like und ein Abo da. Aktiviert das Glöckchen. Schreibt was in die Kommentare für den Algorithmus. Und damit sage ich nochmal danke fürs Zuschauen und macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.